Hi zusammen. Mein Tag hat eigentlich schlecht begonnen, aber geendet hat er gut. Ich habe den ganzen Tag auf einem steilen Dach arbeiten müssen und es war viel zu heiß, aber ich habe Freesbands gesehen und habe sie mit glücklicher Weise gut nutzen können. Schaut sie sich an und lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn es euch gefällt. Gut, tschau! 1 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.